ich weiß nicht mal wie stachelbeeren schmecken ich habe in meinem leben noch nicht stachelbeeren gegessen so fertige blumen nicht mehr gießen es funktionieren soll das wird ewig dauern genau der raue raue peridot der peri dotter ich habe ja nichts mehr wir haben ja nüft wir müssen mit meret reden stopp wir müssen mit meret reden die braucht hilfe beim blütenfest ist er da drin kann ich mir das mal vorstellen schön dich zu sehen ja schön zu sehen schön dich zu sehen egal polierter topaz dich kann ich ganz leicht daten du bist zwar teuer aber das leicht du bist friede bist du meret björn naja ich habe die gleiche frisur hi okay wo ist denn meret meret die bürgermeisterin da ist die meret meretig ich finde ich gut für sich hin sauer vergleiche mal dorangen dorangen sind lecker hier willkommen zum blütenfest zur buntesten zeit des jahres in azoria dieses fest zeigt unsere insel von ihrer schönsten seite findest du nicht auch vielen dank aber etwas fehlt noch wir haben einfach nicht genug blumen wir können doch kein fest veranstalten das nicht voller blüht ist würdest du mir helfen ein paar samen zu pflanzen ich wäre dir sehr dankbar außerdem winkt dir ein toller preis für deine hilfe 15 blumensamen und ich kriege dadurch blumen ich pflanze 15 und kriege 10 blumen ja ok klingt fair klingt fair doch du bist ein schatz mal sehen genau das hier brauchen wir schön dich zu sehen sie hat mir nicht mal die blumen gegeben der rest den steuern ja gut wenn man so sieht äh äh ach so die blumenfrau die ist ja da drüben 15 blumen wohin denn also ne ich versuche es ja aber ich gieße die immer kaputt tut mir leid nein nicht chat laden ok gelbe tulpesamen gelbe tulpesamen fünf 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 wie kann ich die denn die kann ich brauche hier ich brauche blumenbodenbeete blumenbodenbeete ja ich kann nur 10 machen weil mir schluff fehlt und mulch ok mehr bbb's ja das wie bbb's beauty bell ist ja hier kommt kein neuer schluff ich brauche mehr schluff oh wollte ich eigentlich streicheln nicht verprügeln tut mir leid manchmal rutsche ich aus aber ich meine es ja nicht so warte und ich bin ein paar mir schlufft ja mal ich bin ein paar hab ich mir äh ich bin was ich bin wie bin ja ich bin unbedingt haben will der nach derzeit schon laub verbrennen beim einkaufen alle fenster offen hat ich glaube ich weiß es nicht also ich weiß nicht ob da überhaupt irgendjemand was gegen tun würde also war ja fast richtig nicht wahr denke schön wo ist namaschall namaschall klar oder nie lang hängst du am stein fett so warte das kikaridu haben wir noch nicht gokari gokari glaube ich namen und ich ist nicht so eine gute kombi und nein die hat eine ausrufe zeichen warum hallo ja du meine güte für mich ja guten tag schrude nie aus dem ja aber stopp mal keine beziehung wie keine beziehung wie keine beziehung ich habe zuneigung polierter topas ich ich habe ich habe polierten topas gegeben und du magst mich immer noch gar nicht gott seid ihr schwer rumzukriegen ach meret ja ich bin noch nicht fertig sorry also wenn ich eh schon hier bin kann ich auch den schluff suchen ich glaube beim sand war auch immer schluff das leben das ist nur lehm dirig zu sein ja aber aber er ist lieb manchmal wenn er einen nicht beleidigt aber man kann ja nicht alles haben sehr gut wir können jetzt honig machen das war sehr gut wenn wir eh schon hier sind dann gehen wir peridot sammeln maragd nehmen der ist wenigstens nicht gelb hat der topas ist auch orange zehn polierter thomas ich mochte nicht aber die mädels standen alle auf oder oder das ist schon doch hier sehr gut geht na verdammt ja hast du hast du lufter frischer oder irgendwas hast du eine duftkerze hast du ideo parfüm vielleicht solltest du versuchen ihm das also also zu sagen dass er das beim nächsten mal vielleicht woanders machen könnte einfach also auch um nicht gleich also die polizei zu rufen weil damit saust du dir halt jegliches nachbarliches verhältnis klar ist es blöd wenn man selbst zurückstecken muss aber überlagern ja also versuch es in irgendeinem raum wo du grad nicht bist ob das das nicht noch schlimmer macht weil manchmal ist so zu viel zu viel ne zu der zu der wohnung damit er genau so fühlt wie du ist okay ich rufe nicht die polizei aber dafür hast du genauso zu leiden wie ich sagst du mal der weiß dass das verboten ist ja aber dass das halt nicht direkt unter deinem fenster zum beispiel macht dass er das trotzdem machen wird klar aber ich glaube ich weiß nicht also aus meiner erfahrung ist ja die polizei da so nö viel zu auf aufwändig und die person macht es eh wieder so fuhrt sich in der dose das ist auch schön das ist halt immer so schwierig war ich total doof dass man abwägen muss ob man naja menschen sind so schwierig aua steuerräder aber auch so und so glaube aber jetzt habe ich genug oder ich meine ich habe ja jetzt auch noch kupfer ein bisschen mit gefarmt müsste ja jetzt erstmal reichen oder oh aber der schluff der gute schluff man hört jetzt auf ich versuche hier gerade schluff zu sammeln damit ist jetzt schluff na gut wir gehen raus ja du musst das halt abwägen also mach wie du dich wohlfühlst nun ist halt immer schwierig für das also nachbarliche verhältnis und vielleicht kann man es erstmal so lösen vielleicht aber auch nicht so wir kennen deinen nachbarn nicht oh nein mein rucksack ein gesüchter brei aus gekochten beeren klingt echt lecker danke ähm naja lass ich die beere da liegen ist eh nicht pink hier war noch viel schluff wo bin ich gerade im grüntal sehr gut ich vergesse immer bei solchen spielen zu trinken das ist nicht so cool ohne honig ähm hm ich pack den honig hier hin ähh quest quest läuft ab in vier tagen Ich musste ja nur pflanzen, richtig? Ja, du bist müde, meine Güte. Jetzt stell dich nicht so an. Kann ich irgendwas zu essen machen? Irgendwas? Sehr gut. Ja, ja, ich habe ja gerade getrunken. Ihr seid zu spät. Ihr seid viel zu spät. Hättet ihr viel früher machen müssen. Oh nein, jetzt habe ich den Blumenkohl gegessen. Naja, egal. So, wo packe ich die Flümpf? Die fünf Beete hin? Äh, 15. Gott. Ich könnte auch einfach mal den rechten Stick benutzen. Jetzt ging gerade nicht. Gut. Nein, ich brauche ja Abstand. Oh mein Gott. Kack. Trink mich Lunali 1 Tab, Lunali 1 Tab. Oh, danke schön für den Euro. Pepsi 0. Das ist sehr lieb. Mach ich. Okay, was passiert? Darf ich jetzt doch da hinsetzen? Äh. Ich muss doch da Platz lassen, oder? Ich weiß nicht, was ich... Was mache ich gerade? Ich meine, ich will ja, dass da... Was dazwischen. Jetzt kann ich auch dazwischen... Hä? Ich soll doch einen Platz dazwischen lassen. Ich mach das jetzt noch so. So. Und noch drei. Und ich hoffe einfach... Oh nein. Mulch! Mulch! Und ich hoffe, dass das dann endlich auch mal funktioniert mit diesem ganzen Gezüchte. Alarm. Ja, vor allem, weil es so spät ist schon. Da ist schon 10.40. Sonst werde ich wieder ins Bett geschickt. Von dem Fiesling. Ich weiß aber nicht, ob ich das schon so verstanden habe, wie der das mit dem Züchten meint. Sehr gut. Da sting da, ne? Das würde ich mal so ein bisschen ab vom Schuss machen. Ich meine, ich kann ja eh alles umsetzen. Liebensgewürzterweise. Vergabte Milch! Danke. Danke. Und ich darf sogar noch frei... Also selbst freiwillig ins Bett gehen. Oh nein. Schon wieder eine Herzaufgabe. Warum denn? Hört auf mich mit Aufgaben zuzukackern. Wir müssen zu Merit. Aber warte, wenn der die Topatze mag, dann mache ich doch nochmal einen Topatze. Ich mache sogar mehr Topatze. Sehr gut. Einmal gießen. Oh, ich habe gestern nicht gegossen, ne? Ups. Impressen, Gabi. Ein bisschen. Ein bisschen ist er das. Kannst du bitte aufhören, meine Pflanzen zu wischen? Ach, da sind wirklich noch Sachen drin? Oh. Da hinten auch? Okay. Wer sich verstuckt oder husten muss, der war zu hastig. Ja, bei dem wird ja auch immer gern auf den Rücken gehauen. Gewalt ist eine Lösung. Sagt man doch so. Äh, Torlegung. Da. Was ist das mit dem Auge? Was ist das Auge? Habe ich irgendwas gegessen, was irgendwann was erhöht? Oh, mein Topat. Was passiert da mit den Emotes? Was passiert da mit den Emotes? Nee. Wo ist mein Angebeteter? Hier. Oh, der hat eine Liebesquest für mich. Er war die Liebesquest. Dann ist alles in Ordnung. Er darf das. Wo ist er denn hier? Oh. Hallo. Warst du schon einmal in Merkitanien? Das ist eine Insel für Leute mit akademischen Ambitionen. Dort gibt es zahlreiche renommierte Schulen und Clubs. Ja. Flirten! Echt bei mir gar nicht, Sibi. Ey, warte doch. Ich bin froh, dass ich wieder uneingeschränkt in Azoria herumreisen kann. Sehr gut. Dein Lächeln lenkt mich ab. Okay, irgendwie flirten wir noch nicht so ganz. Ich will bald einen großen Fischenmaus ausrichten. Hatte aber noch keine Zeit zum Angeln. Kannst du mir dabei helfen? Regenbogenforelle! Du hast echt Glück, mein Freund. Du hast also richtig Glück, hast du. Du hast leider kein Video für uns. Ab heute leider kein Video für euch. Wo ist denn meine Regenbogenforelle? Das warst du, oder? Nee, du bist ja... War das wirklich die? Nee, das ist ja Lachs. Du! Schnuffel, Puffel, Kuffel, Huffel, Duffel, Puppel... Hallo. Ich habe alten Fisch. Für dich. Du siehst gut aus. Oh! Fischwahnsinn. Wunderbar. Einfach wunderbar. Ja, aber... 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 Du flirtest gar nicht mit mir. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich fühle mich ausgenutzt. Aufgabe eins von zwei. Na super. Gut gemacht. Was willst du jetzt? Drei Deko-Artikel aus den Blumen. Magenta-farbene Waldlilie-Samen. Okay, das ist schön. Let's go. Mal sehen. Genau das hier brauchen wir. Danke, Chad. Das ist wieder so einer, der... Das ist wieder so eine... So eine... Liebe, die... Mehr wehtut, als gut tut. So. Aber am Ende lohnt sie sich. Danke, dass ihr... Dass ihr an meiner Seite steht. Wie mache ich jetzt Blumensachen? Wie mache ich jetzt Blumensachen? Deko aus Blumen. Zählen Pflanzenfasern als Blumen. Hallo, Frau Bürgermeister. Ja. Hat sehr gut gepasst, ne? Ah, die tropische Pflanze. Das war das, was ich weggemacht habe. Deko. Ach, ich... Oh, wetten. Ich brauche dafür die Kack-Deko-Station. Die Bast... Das Bastel-Ding. Ich komme hier nicht weiter. Buchenholz. Buchenholz. Nöhe-Weltenwandler. Alles gut. Wir kommen zurück. Wo sind eigentlich meine Setzlinge? Da ist ja gar keine mehr. Brauche ich eigentlich... Ich sollte vielleicht da auch mal ne... Ich brauche echt viele Arbeiter-Bienen. Okay. Vielleicht wir brauchen Bienen. Holt die Netze raus. Wir müssen Bienen fangen. Hallo? 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 Zu scharf zum Flirten? Das kann sein. Wo sind Bienen, wenn man sie braucht? Oh, das... Nun guck mal, wie baby das ist. Hm. Ich habe das Gefühl, irgendwer boykottiert mich. Ich glaube... Irgendjemand stellt sich aktiv dahin... Und möchte nicht... Dass ich das bekomme, was ich möchte. Ich meine, guckt euch an, wie viel Rucola ich finde. Das sind keine schönen Farben. Tut mir leid. Die sind nur Flattis, die keine Stachel haben. So. Kann ich jetzt... Ja, oder? Was ist das? Edelstachel. Achso, den habe ich schon. Der Basteltisch. Kann ich den eigentlich auch im Haus aufstehen? Egal. Es wird langsam ein bisschen voll. Also, ich möchte nichts sagen. Aber ich weiß nicht, wie das... Pfirsichtapete? Ich will eine Pfirsichtapete. Aber das ist ja gar nicht... Damit macht man ja... Da macht man ja gar nichts mit... Wie mache ich Deko mit Blumen? Ich habe das Gefühl... Irgendwie habe ich nichts damit. Ich habe Honig. Ich habe eine kleine Honigwabe. Ich habe eine kleine Honigwabe. Ja, weil ich eine Arbeiterbiene reingesteckt habe. Deswegen. Deswegen habe ich ein Päckchen. Äh. Schon viel besser. Der Boden passt jetzt nicht so gut dazu, aber das ist in Ordnung. Okay, warte mal. Dekoartikel aus Blumen. Bestimmt Weltenwandler. Ja, ja. Das kommt von denen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich keine Biene mehr habe. Okay. Ich versuche das mal. Das zählt. Schön. Pflanzenfasern gleich Blumen. Sehr gut. Wabe, Wabe. Dö, 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 dö. Wabe, Wabe. Dö, 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 dö. Hallo, ich habe Blumenpötter auf mein Ding bestellt. Hervorragende Arbeit. Hier ist eine Kleinigkeit, die ich für dich bestellt habe. Ich hoffe, es gefällt dir. Das Blütenfest wird farbenfroher als je zuvor sein und das verdanken wir dir. Naja, nur meinen Hof. Äh, nur so eine Frage. Wie viel kostet das letzte Upgrade? Nein, nicht du. Geh weg. 8.000. Ja, gut. Ja, Gras ist auch schön. Scheibenbar. Also zumindest ausreichend schön. Ähm. So, jetzt wieder den wichtigen Sachen. Flatter, Blatt, Bauholz, Klee, Futter, Mulch. Eichenbauholz. Achso, nee, das haben wir schon. Flatter, Blatt, Bauholz. Das heißt, wir müssen Also, äh, wir müssen nicht mehr an dem Tag. Aber auf jeden Fall nach dem Schlafen zu der, 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 der Feen-Dings wieder. Der Feeninsel durchs Feentor. Ja, ja. Kochen. Essen. Nee, essen. Nur essen. Ich brauch essen. Mehr essen. Oh. Warte mal, wir können die Rüben zurückbringen. Äh, abgeben. Oh Gott. Oh, oh. Da wollte ich nicht hin. Alles gut. Alles. Oh, da muss ich sogar hin. Nee, doch nicht. Ich muss eins weiter runter. Also, alles gut. Shit. Der Baum ist im Weg. Vergesst es. Das ist so gut. Ich wollte das so. Was das auch immer ist, ne? Ich wollte das so. Das war mein eigener freier Wille. Wo ist die denn? Doch da, ne? Nee, da unten. Hier. Hallo? Nee, hier. Ich hab die nicht im... Och. Ich möchte nichts hören. Ich möchte nichts hören, Shit. Aber mitnehmen muss man die. Ja, die können die doch selber abholen, oder nicht? Ich hab auch jetzt schon den besseren Weg gewählt. Easy. Hätte so einfach sein können. Tada! Lächeln und winken. Alles ist toll. Alles genauso, wie ich's geplant hab. Hallo? Im Frühling geh ich ja am Strand auf Muschelsuche. Das geht ganz einfach. Schifffahrtsmagnat. Gut gemacht, du Exportprofi. Schau auf die Versandvertragtafel, wenn du Lust hast, Florin zu verdienen. Nein, so viel war das jetzt nicht. Neue Verträge in vier Ta... Ich darf nur einen abgeben? Okay. Hallo! Hoahe! Okay. Danke. Hab ich dir eigentlich schon Hallo gesagt? Oh, wir flirten jetzt auch. Die will eine schwarze Hyazinthe. Die kriegt... Kriegt man die so einfach? Ähm... Ähm... Nein. Nein! Gibt das? Ja, dafür müssen wir nämlich zu dem anderen. Ja, wir gehen jetzt schlafen. Und dann gehen wir die Bäume fällen. Länger mit neuen Aufträgen. Ja, aber ich darf hier nur einen von dreien machen. Das find ich halt komisch. Was mit einem Elefanten machen? Das machen nur andere Tats. Und Salz rein streuen. Die sind ja nicht so wie die. So. Hier. Okay. Blumen. Nicht mehr anfassen. Die werden jetzt so gelassen. Finger weg von den Blumen, ja? Wie kann eigentlich der Bienenstock so summen, wenn die Arbeiterbienen alle weg sind? Also wenn ich gar keine hab? Warte, ihr werdet vom vom Elefanten gestochen. Das ist aber gemein. Huhn? Ups. Wo? 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 Wo seid ihr? Bienen, bitte. Ach, ich hab ja kein Essen dabei. Wartet. Hat ich nicht Nüsse gemacht? Ich mach alles weg. Drei frisches Blattgemi... Die Schimmertropfen. Obwohl nicht alles. Ich mach zehn. Bin. Bing. Habe ich die... Habe ich das Studentenfutter alles da drin, oder was? Blöd. Biene-Maya-Eis. Oh Gott, ja, Pinocchio-Eis. Biene-Maya-Eis. Oh Gott. Das wird mir zu viel. Was kann ich alles machen? Bäckers-Dutzend? Nein, Bäckers-Dutzend? Was denn? Plus zwei Bäckers-Dutzend. Liofp-Eis. Nee, der Schmerz sitzt zu tief. Bitte erinnere mich nicht dran. Geröstetes Gemüse. Das klingt am besten bisher. Da nehmen wir doch mal drei mit. Bis gleich, Sebi. Okay. Wir haben uns lange nicht mehr um den da gekümmert. Du hast mich. Wie? Wie verwende ich dich? Warte mal. Hat jemand eine Melkmaschine? Ach so, Y. Hallo. Jetzt. Ach, ich kann bürsten. Ich brauche gar keine Bürste. Ich habe eine Bürste. Oh. Aber die anderen gehen doch auch freiwillig raus. Naja, gut. Aber was dann mit mit Hasi? Bunny? Oh, wir haben auch lange keine Eier mehr gesammelt. Vielleicht vernachlässige ich die Tiere ein bisschen. Ach. Die Wolle liegt ja wie ein Ei. Ach so. Naja, gut. Ähm, vielleicht sollte ich dann mehr drauf achten. Das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Alles weg. So, das hätte ich gern. Und dann gehen wir jetzt zu den Feen. haben sie einfach Baumwolle gelegt. Hier. Bunny kann alles. Wieder bürsten? Ich bürste dich nicht noch mal. Ähm. Hier. Oh. Einfach mitten durchgelatscht. Das ist schon echt schön, ne? Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob die Entwickler noch was anderes gemacht haben. Hey! Oder woher die kommen oder so. Oh, ein Laubbuddy! Wir haben den Laubbuddy gefunden. Den will die. Hallo? Hey! Und ein grüner Bloblin. Süß. Ein Bloblin. Und Klecksklumpen. Hier. Hier. Oh, ne Sonnenfee. Oh, ich sonne hier alles weg. Was konnte ich hier noch mal mähen? Ne Morgenrotblüte! Ich bin hier im Feenland. Also, nicht wirklich, aber... Ne Schattenfee. Sehär. Das ist gut. Doch, ich bin hier noch mal... Einmal.